jo leute was geht ab und herzlich willkommen zu einer erneuten video hier auf diesem kanal ich bin es wieder euer jastin und ja leute ich wollte euch nur sagen danke auf jeden fall für die 150 abos auf den weg bis dahin ist jetzt wirklich viel passiert in drei monaten weil leute seit drei monaten habe ich den kanal seit drei monaten mache ich youtube ja gut leute fast seit vier monaten acht tage dann ist mein kanal vier monate alt und wie gesagt ich bedanke mich sehr herzlich für die 150 abonnenten es ist ein großer schritt für mich in richtung zukunft in richtung 1k natürlich sind ein kann auch jetzt auch 50 abonnenten weit entfernt aber leute 150 sind finde ich auf jeden fall auch schon viel und wie gesagt ich bedanke mich bei euch für die 150 abonnenten wir haben den meisten teil an abonnenten an ein tag in den 24-stunden-stream bekommen und ja leute ich weiß für jeden kleinen youtuber der vielleicht meinen kanal abonniert hat und die meine videos täglich schaut oder meine streams ja leute ich weiß es ist selber nicht einfach am anfang mit youtube aber wie ihr es merkt wenn man nachher die 100 abonnenten hat dann wird es einfacher weil deine streams werden höher gerankt und 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 halt dann gucken auch mehrere deine streams weil leute unter den 100 abonnenten wurden meine streams so entweder selten oder gar nicht gerankt zum beispiel bei 50 abonnenten circa und jetzt habe ich 150 heute habe ich wieder fünf plus gemacht in dem 24-stunden-stream habe ich 30 plus gemacht also leute weil der 24-stunden-stream ist auch circa eine woche alt oder ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer und ja leute wie gesagt hat heute fünf abos plus gemacht kurs geht auf jeden fall an jen raus der den kanal abonniert hat leute fifa kommt gut an auf meinen kanal fortnight erst relativ und gta auch das freut mich dass meine community äh solche streams gucken weil leute ich wie gesagt ich habe schon mal in einem anderen video gesagt mein kanal soll nicht wieder so ein typischer fortnight kanal werden deswegen gab es mal heute zur abwechslung ein fifa stream aber heute mittag wie ihr sehen könnt gab es auch noch ein ding stream ein fortnight aber auch mal ein fifa stream zu umzugucken aha wie kommen jetzt meine fifa streams an also leute aus drei stunden 42 129 aufrufe finde ich auf jeden fall mega mega nice ist zwar nicht so viel man könnte zwar mehr haben aber ja leute ne leute hier 158 aufrufe 7 likes ein dislike der dislike geht mir am arsch vorbei aber leute 158 oder 157 aufrufe wie ihr gerade gesehen habt auf dem stream obwohl ich fifa das erste mal so wirklich lange gestreamt habe auf meinem kanal und ja leute wie gesagt danke danke für die 150 abonnenten leute meine thumbnails äh für fifa streams werde ich jetzt auch machen und zwar weil ich ja sowieso meistens wahrscheinlich nur karriere dresden zocken werde werde ich wahrscheinlich nur einfach hier so das dresden thumbnail drauf machen was ihr hier jetzt gerade seht und ja leute wie gesagt vielen vielen dank an den 150 abonnenten ich habe mich wirklich riesig gefreut schon wo ich die 100 geknackt habe ich konnte es auf der einen seite auch nicht glauben und ja leute ich würde sagen das war es von diesem video bei 200 abonnenten gibt es ja entweder mindestens 10 euro leute oder 20 euro verlosung also teilt den kanal gerne mit euren freunden dann möchte ich so schnell wie möglich die 200 abos vollkriegen und ja leute wie gesagt ab 200 abos gibt es mindestens wieder eine 10er verlosung vielleicht sogar eine 20er muss ich mal schauen und da würde ich sagen leute haut rein bis dahin und ciao ciao